Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 100 der Germanischen Mythologie. Inzwischen haben wir ganze 100 Themen der Mythologie erkundet. Von Göttern und Helden über mythische Wesen bis hin zu Sagen und Konzepten haben wir nun schon viele Themen gesehen. Für all diese Themen gehört aber oft die nordische Dichtkunst und die Eddas zu den Hauptquellen der Germanischen Mythologie. Nur sehr wenige Mythen und Sagen sind uns ja letzten Endes heute noch erhalten. Und viele von denen, die wir heute noch kennen, verdanken wir ganz zentral einem Autor. Dem Isländer Snorri Sturluson. Auch so manches Gedicht der Skalden, der nordischen Dichter, wurden uns nur dank Snorri noch überliefert. Und für diese Folge 100 soll es eben um Snorri und die Skalden gehen. Die nordischen Dichter und Autoren der germanischen Mythen, durch die uns am meisten diese Mythologie überliefert wurde. Für diese Folge 100 will ich aber noch kurz zu Anfang meinen Patreons danken. Eure Unterstützung macht Videos wie dieses hier und allgemein Projekte wie dieses hier überhaupt erst möglich. Dazu aber will ich ebenso allen anderen Zuschauern danken. Zu Beginn dieses Projekts war ich mir noch recht unsicher, ob so ein Mythologie-Lore-Projekt gut auf YouTube ankommen würde. Und so freut es mich umso mehr, nun bei Folge 100 zu sein und zu sehen, wie beliebt solche Videos zur Mythologie sein können. Nach dieser kleinen Vorrede aber soll es nun um Snorri und die Skalden gehen, die Autoren der nordischen Mythologie. Die nordische Dichtkunst, die die zentrale literarische Quelle zur germanischen Mythologie darstellt, wird generell in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen die sogenannte eddische Dichtung und zum anderen die Skalden-Dichtung. Tatsächlich haben beide diese Gruppen der nordischen Dichtkunst sehr viel gemeinsam und oft wird die Unterscheidung überhaupt kritisiert und als problematisch gesehen. Wie die gesamte alte germanische Dichtkunst verwendet auch diese Form der Dichtung den Stabreim. Bei diesem wird jede Zeile in zwei Teile aufgeteilt und anstatt das Ende der Zeile zu reimen, werden die Anlaute bestimmter Wörter in den beiden Zeilenteilen gereimt. Allgemein zeichnet sich die eddische Dichtkunst dann dadurch aus, dass das Versmaß eher einfach gehalten ist und die Wortfolge eher natürlich gestaltet bleibt. Zudem werden in den Liedern der eddischen Dichtung vergleichsweise wenige Keningar, poetische Umschreibungen für Dinge, verwendet. Und sie befasst sich maßgeblich mit den Geschichten von Helden und Göttern und die Lieder sind entweder erzählend oder lehrreich. Die Skalden-Dichtung dagegen befasst sich zentral mit Preisliedern auf Könige, Helden und Fürsten. Diese können damit Lieder über den Ruhm oder ein Rückblick auf das Leben eines Fürsten sein. Darüber hinaus befassten sich Skalden in ihrer Dichtung seltener mit Göttern und deren Mythen und verarbeiten dafür eher Themen von persönlichen Erfahrungen über Humor bis hin zu Spottgedichten. In der Form ihrer Dichtkunst wurde von den Skalden oft ein sehr komplexer Satzbau verwendet und deutlich mehr Keningar. Und genau deshalb ist die Dichtung der Skalden auch eine so bedeutende Quelle für die germanischen Mythen für uns heute. Die vielen Keningar der Skalden sind häufig mythologische Bilder, die zur Umschreibung von verschiedensten Dingen verwendet wurden und die uns damit wichtige Einblicke auf sonst nur wenig bekannte und zum Teil sogar ganz verlorene Mythen geben. Ganz besonders auch deshalb, weil einige Skalden-Gedichte bis ins frühe 9. Jahrhundert datierbar sind und damit neben den Runen in Schriften zu den ältesten Quellen zur germanischen Mythologie überhaupt gehören und noch aus heidnischer Zeit stammen und von Heiden verfasst wurden. Ein letzter zentraler Unterschied zwischen der Dichtung der Edda und den Skalden ist dann noch, dass die meisten Skalden-Gedichte auf einen bestimmten Dichter zurückgeführt werden können. Und so sind auch viele der Skalden namentlich bekannt. Insgesamt über 300, was natürlich für ein Video etwas zu viele Personen wären, um sie alle aufzuzählen und zu nennen. Und häufig ist auch nicht viel über das Leben dieser nordischen Barden bekannt. Sie dienten verschiedenen Fürsten und Königen als Hofdichter und Barden und dichteten für diese Oberschicht, was aber auch Konsequenzen dafür hatte, was wir durch sie über die Mythologie erfahren. Ihre Dichtkunst war für die Oberschicht, für den Adel und deren Höfe gedacht und repräsentiert damit Mythen und Figuren, die eben für diese Oberschicht bedeutend und interessant waren. Die Geschichten, die sich vielleicht eher einfachere Leute erzählten, wurden vermutlich von den höfischen Dichtern zum Teil nicht beachtet und so auch kaum überliefert. Zu den bedeutendsten Skalden von allen gehört dann der Dichter Bragi Bodasson. Er ist der älteste der Skalden, dessen Werk uns heute noch erhalten bleibt und er lebte vermutlich im frühen 9. Jahrhundert, wahrscheinlich in Norwegen. Er soll der Dichter des legendären Königs Beli gewesen sein oder auch von König Björn Adhaugi. Dieser ist vermutlich mit König Bern von Birka zu identifizieren, womit Bragi Bodasson um 830 in Birka gelebt hätte. Zu seinen wichtigsten Gedichten gehört das Ragnar Straper, ein Schildgedicht auf den Helden Ragnar, in dem viele mythologische Szenen und Bilder genannt werden. Bragi Bodasson war für dieses und weitere Werke scheinbar im Norden sehr, sehr berühmt und erlangte scheinbar großen Ruhm. Auch schon im Mittelalter nach seinem Tod wurde er als der größte und älteste der Skalden gesehen und selbst nach seinem Tod war er weithin bekannt und berühmt. Er tauchte in den Geschichten späterer Skalden auf, die sich auf ihn beziehen und wurde von ihnen als Skalde von Valhalla dargestellt und so Stück für Stück sogar vergöttlicht. Am Ende reichte der Ruhm des Skalden Bragi Bodasson so weit, dass er zum Gott Bragi erklärt wurde, der uns einige Jahrhunderte später als einer der Asen und Dichter der Asen in der Edda begegnet. Der Skalde Torbjörn Hornklofi soll der Skalde des legendären Königs Harald Schönhaar gewesen sein und verfasste Preislieder für seinen König im späten 9. Jahrhundert. Eines davon ist noch in einem sehr alten Versmaß verfasst, das noch vor der Zeit der Skalden-Dichtung verwendet wurde und durch ihn erfahren wir viel über diesen legendären König. Über den Skalden-Egel Skalagrimson gibt es dann sogar eine eigene Saga, die zwar kaum sein tatsächliches Leben darstellt, in der aber Teile seiner Dichtkunst bis heute erhalten sein sollen. Er selbst lebte im frühen 10. Jahrhundert und war der größte Skalde von Island. Gemäß der Saga war Egel aber nicht nur ein Dichter, sondern auch ein großer Krieger und Wikinger. Durch den Skalden-Halfreder Vendreda Skald haben wir dann ein Beispiel für einen Dichter, der vom heidnischen Glauben zum Christentum konvertierte, aber auch sehr mit dieser Entscheidung zu ringen schien. Er diente unter anderem König Olaf Tryggvason als Skalde und dieser war ein Christ und schließlich konnte der König auch seinen Dichter bekehren. Besonders als Dichter schien ihm das schwer zu fallen und so schreibt er, dass Odin doch den Menschen die Dichtkunst gebracht hatte und er sich aber nun dennoch von diesem Gott der Dichtkunst abwenden sollte, um Christ zu werden. Dies zeigt auch eine weitere Besonderheit der Skalden-Dichtung auf. Odin wurde als Gott der Skalden gesehen und wurde von diesen besonders gepriesen. Dies könnte unter anderem ein Grund dafür sein, warum Odin eine so große Rolle in der nordischen Mythologie hatte. Als Gott der Dichtkunst wurde er von den Dichtern, die uns die Mythen überlieferten, eben sehr gerne genannt und sehr gerne gepriesen. Manche Skalden scheinen aber dagegen weit einfacher zum Christentum konvertiert zu sein und dichteten sogar darüber. So zum Beispiel der Skalde Eilifer Godrunason aus Island. Auch er war vermutlich zunächst ein Heide, bekehrte sich dann aber zum Christentum und in seinen Gedichten beschreibt er dann zum Beispiel, dass Jesus über den Schicksalsbrunnen der Urt wacht. Damit bringt dieser Skalde als ein Beispiel auch christliche Figuren in die Skalden-Dichtkunst ein und fügte unter anderem Jesus in das eigentlich nordische Mythologiebild mit dem Schicksalsbrunnen der Urt ein. Skalden waren aber nicht nur für ihre Preislieder und ihre Dichtung für Fürsten berühmt, sondern zum mancher Skalde auch für seine scharfe Zunge und seine Spottdichtung. So zum Beispiel der Skalde Gunlaugr Ormsdunga, der im 10. bis 11. Jahrhundert auf Island lebte. Sein Beiname bedeutet so viel wie Gunlaugr die Schlangenzunge und erhielt diesen für seinen scharfen Spott und seine beißende Satire. Seine scheinbar oft aber recht harschen Gedichte und Texte brachten diesem Dichter auch so manche Probleme ein. Mit so manchem Fürsten kam es durch diese scheinbar zum Bruch und Gunlaugr zog von Island nach England und Irland bis nach Schweden weiter und diente einer ganzen Reihe von verschiedenen Königen und Fürsten als Dichter. Und noch viele, viele weitere bedeutende Skalden könnte man hier nennen. Doch der wichtigste Autor von allen ist auf jeden Fall Snorri Sturleson und auch er sah sich durchaus in der Tradition der Skalden und verfasste sogar eine ganze Reihe von eigenen Gedichten. Um diesen Isländer und sein Leben und seinen Einfluss auf die Überlieferung der germanischen Mythologie soll es nun im Rest dieses Videos gehen. Snorri Sturleson wurde nun auf Island entweder im Jahr 1178 oder 1179 geboren. Sein Vater war Sturla Tordason, der der Held der Sturla-Saga war und der Stammvater des Geschlechts der Stöllungen. Snorris Vater war ein mächtiger Fürst und Großgrundbesitzer von Island. Und Snorri wurde damit in eine der vielen mächtigen Familien der Insel, die praktisch über Island herrschten, hineingeboren. Er war der jüngste von fünf Kindern und hatte sowohl zwei ältere Brüder wie auch zwei ältere Schwestern. Gemäß seiner zu dieser Zeit aber üblichen Tradition wurde Snorri mit nur drei Jahren zu Jon Loptson geschickt und von diesem erzogen. John Loptson war ebenfalls eine der großen Persönlichkeiten von Island zu dieser Zeit und war mütterlicherseits sogar der Enkel von König Magnus von Norwegen. Und durch ihn erhielt der junge Snorri die praktisch beste Erziehung, die es zu dieser Zeit überhaupt gab. Der Hof von John Loptson galt als ein Zentrum der Gelehrsamkeit und dort gab es viele Bücher und viel zu lernen. Snorri wurde in Fächern wie Grammatik, Rhetorik, Logik oder auch Mathematik und Geometrie ausgebildet und studierte auch Theologie und Recht. Zu dieser Zeit war Island auch bereits vollständig christlich und Snorri erhielt damit ein christliches Studium. Im Rahmen dieser Erziehung erhielt Snorri auch eine erste Ausbildung in der Dichtkunst und las viele der traditionellen und alten Geschichten von Island. Mit dieser Lehre hinter sich strebte Snorri dann bald auch eine Karriere in der isländischen Politik an. Mit 20 Jahren heiratete er Herdes, die Tochter und Erbin von Bersi Vermundason und erhielt durch sie im Jahr 1202 den großen Hof von Borg und damit auch eine Stellung als Gode. Dieser Titel des Goden wurde sowohl für Priester wie auch für Häuptlinge und Großgrundbesitzer verwendet. Und es waren eben jene Goden, jene Großgrundbesitzer von Island, die größten Einfluss über die Politik der Insel hatten und effektiv über Island herrschten. Nur wenig später im Jahr 1206 aber trennte er sich schon wieder von seiner Frau und zog nach Reykjaholt, wo er den Rest seines Lebens mit einer zweiten Frau verbringen sollte. Mit der Zeit baute sich Snorri dann auch mehr und mehr Reichtum und politische Macht auf. Von den Jahren 1215 bis 1218 und ein zweites Mal von 1222 bis 1231 erlangte er sogar den höchsten politischen Rang von Island und wurde zum Gesetzesprecher des Alting. Durch seine Karriere in der Politik wurde Snorri aber auch in die vielen Fäden von Island verwickelt und auch die Außenpolitik der Insel beschäftigte ihn sehr. So reiste er unter anderem nach Norwegen und kam dort an den Hof von König Harkon Harkonason und von Jarl Skuli. Der norwegische König wollte sein Reich erweitern und Island unterwerfen und Snorri sollte bei diesem Plan eine Schlüsselrolle spielen. Wenn er das Alting überzeugen konnte, sich Harkons Herrschaft friedlich zu unterstellen, würde ganz Island ohne Kampf Teil seines Reiches werden können. Damit erlangte Snorri auch in Norwegen eine sehr hohe Stellung, doch zugleich machte er sich auf Island noch viele weitere Feinde. Die meisten Mächtigen der Insel waren keineswegs Freunde eines Anschlusses an Norwegen und sahen Snorri damit bald eher als einen Feind von Island an. Dennoch schaffte es Snorri sowohl sein Reichtum wie auch seine Macht noch weiter zu mehren und diese Zeit auf Island wurde nach ihm als die Zeit des Dallungen bekannt, in der aber auch andere seiner Familie wichtige Rollen spielten. Ob Snorri hier wirklich ganz die Ziele von König Harkon verfolgte oder nicht, bleibt aber unklar und es scheint, als wollte er vor allem seine eigene Macht fördern. Als er dann schließlich zum wohl mächtigsten Fürsten von ganz Island geworden war, reiste Snorri ein zweites Mal im Jahr 1237 nach Norwegen. Dort versuchte aber inzwischen Jarl Skuli in einem Aufstand, den Thron von König Harkon zu erobern und Snorri unterstützte ihn dabei. Damit aber setzte er dieses Mal auf den Falschen und Skuli unterlag im Kampf und Snorri hatte jegliche Gunst bei König Harkon verloren. Dieser verbot ihm zunächst die Heimreise nach Island, doch Snorri segelte trotzdem los und dies sollte ihm zum Verhängnis werden. König Harkon beauftragte Gisur Thorvaldson, den ehemaligen Schwiegersohn von Snorri, um ihn zu ermorden. Zurück auf Island wurde Snorri so am 23. September 1241 in seinem eigenen Haus in Reykjaholt erschlagen. So endete sein Leben als der mächtigste Politiker von Island zu seiner Zeit und nach ihm sollten noch weitere schwere Konflikte folgen, in denen die weiteren Stellungen eine große Rolle spielten. Natürlich war Snorri aber nicht nur einer der wichtigsten Politiker von Island des 13. Jahrhunderts gewesen, sondern auch zentral ein Dichter und Historiker. Zeit seines Lebens verfasste Snorri viele Bücher und Gedichte und schon in seiner Jugend wurde er als ein durchaus begabter Dichter bekannt. Er sah sich auch persönlich in der Tradition der Skalden und auch unter seinen eigenen Vorfahren waren einige berühmte Dichter gewesen. Von seinen vielen Gedichten ist heute nur noch ein einziges vollständig erhalten geblieben. Es trägt den Titel Hartertal und wurde von ihm im Jahr 1222 verfasst. Als Historiker verfasste Snorri dann zentral das Werkheim Skringla, was so viel wie der Weltenkreis bedeutet und eine Geschichte der norwegischen Könige darstellt. Er beginnt hier mit der mythischen Zeit der Götter, die hier aber als legendäre Erste Fürsten dargestellt werden und erzählt die Geschichte der norwegischen Könige bis hin zum Jahr 1277. Des Weiteren werden auch Werke wie die Sage von Egil Skala Grimson Snorri zugeschrieben, auch wenn hier nicht ganz klar ist, ob er diese tatsächlich verfasste. Das wohl bedeutendste und bekannteste Werk von Snorri war aber seine Edda. Diese verfasste er um 1220 und dieses Werk ist ein Lehrbuch für Skalden. Die nordische Dichtkunst zeichnet sich ja, wie zu Anfang schon erwähnt, durch strikte Versmaße und zum Teil recht komplexe Könige aus. Ein guter Skalde musste sehr viele solche Umschreibungen kennen, von denen es unzählige gab und von denen viele auch direkt auf mythischen Erzählungen basierten. Und eben das alles wollte Snorri mit der Edda verständlicher machen. Sein Buch war also nicht als ein christlicher Kommentar oder ein christliches Umschreiben der Mythen gedacht und genauso wenig war es das Ziel von Snorri, hier die heidnischen Mythen in einer kulturellen Studie aufzuzeichnen und zu bewahren. Sein Werk sollte angehenden Skalden einfach nur die Regeln der Dichtkunst und der Keninger erklären und die Mythen darstellen, aus denen diese vielen Umschreibungen und Bilder kommen. Snorris Edda ist damit eigentlich ein Lehrbuch der nordischen Dichtkunst. Und für diesen Zweck ist sie in mehrere Teile aufgeteilt. Der Prolog der Edda stellt im Prinzip die gleiche Geschichte dar, wie Snorris Einleitung zu Heimskringler. Und es ist nicht ganz klar, ob dieser Prolog tatsächlich durch Snorri selbst hinzugefügt wurde oder erst später dazu kam. Der erste große Teil der Edda ist dann die Gülfa Ginning oder auch Gülfis Täuschung genannt. Darin wird als Rahmenhandlung erzählt, wie der kluge Fürs Gülfi zu den Göttern gelangt, von diesen aber durch Illusionen getäuscht wird. Auf die Fragen von Gülfi hin geben die Götter dann eine Darstellung der heidnischen Mythologie und der Welt der Mythen wieder. Bereits hier zitiert Snorri aber auch viele ältere Lieder und Gedichte, von denen sich so manche auch in der poetischen Edda finden. Durch diese Zitate von älteren Texten belegt Snorri seine Darstellung der Mythologie und bezieht sich zum Teil direkt auf Texte, die noch aus der heidnischen Zeit stammen. Der zweite große Teil der Edda ist dann die Skalskarpamal, die Sprache der Dichtkunst. Dieser Teil der Edda ist das eigentliche Lehrbuch für Dichter zu den verschiedenen vielen Keningar der nordischen Dichtkunst. Hier listet Snorri die verschiedenen Keningar auf und erklärt die jeweiligen Mythen, aus denen diese stammen. Warum zum Beispiel Gold als Freyas Tränen bezeichnet wird oder auch als Frodis Mehl. Oder mit welchen Namen Odin umschrieben werden kann. Die Rahmenhandlung für diesen Abschnitt ist es dann, dass ein Mann namens Aegir zu den Göttern kommt und an einem großen Festmahl in Asgard teilnimmt. Auf dem Fest unterhält er sich mit Pragi, dem legendären Dichter, der hier unter den Asen selbst als ein Gott erscheint und in diesem Gespräch werden dann Keningar vorgestellt. Auch hier gibt Snorri viele Mythen wieder und vor allem auch sehr viele Skalengedichte werden zitiert. Durch diese vielen Zitate hält Snorri auch hier deutlich ältere Texte fest und gibt uns einen Einblick auf Texte aus der heidnischen Zeit. Den Abschluss des Skals Karpermal bildet dann auch noch eine Tulur, eine sogenannte Merkliste von Namen und Synonymen. Dieser Teil aber findet sich nur in manchen Handschriften und wurde vermutlich erst nach Snorri eingefügt und stammt nicht ursprünglich von ihm. Den dritten und abschließenden Teil der Edda bildet dann noch das Hattertal, das zuvor schon erwähnte Gedicht von Snorri. Es ist ein Lehrgedicht mit 102 Strophen, die jeweils in 100 verschiedenen Versformen verfasst sind und von Snorri kommentiert werden, um die verschiedenen Versmaße und Formen der Gedichte zu erklären. Auf diese Weise liefert uns Snorri die vielleicht wichtigste Sammlung germanischer Mythen aus dem nordischen Raum. Das Besondere an der Edda ist aber vor allem, dass Snorri, obwohl er ein Christ war, die heidnischen Mythen nicht moralisch kommentiert oder als heidnisch anklagt und negativ darstellt. Er erzählte sie ganz einfach so, wie er sie kannte und wie sie für ihn Sinn ergaben, um sie neuen Dichtern zu erklären. Ihm standen dabei aber nicht nur die Texte, Geschichten und Lieder zur Verfügung, die wir heute noch kennen, sondern er hatte Zugang zu einigen weiteren, die uns heute nicht mehr überliefert sind. Das bedeutet aber keineswegs, dass Snorris Werk einfach unkritisch gelesen werden kann. Vieles aus seinen Quellen übernahm und zitierte Snorri recht direkt und unverändert, was uns einen vergleichsweise direkten Einblick in die Mythologie erlaubt. Manches aber veränderte Snorri durchaus, um es besser an seine Erklärung anzupassen und um ein klareres und besser sortiertes Bild der Mythologie zu erzeugen. Er hatte durch sein Studium von Geschichte und Dichtkunst ein wohl recht klares und gelehrtes Bild der Mythen und Sagen und wie diese aufgebaut sein sollten. Einige Beispiele für Snorris Versuche, die Mythen besser zu sortieren und zu ordnen, sind die Stammbäume der Götter, in denen er Figuren wie Tyr zu einem Sohn von Odin erklärt, auch wenn dies zuvor nicht zwingend der Fall gewesen war. Die Zwerge benannte er ganz einfach zu den Schwarzalben um und gruppierte sie mit den restlichen Alben zusammen. Und es ist sogar gut möglich, dass Snorri überhaupt erst den Begriff Warnaheim und das Konzept der Warnen als eine eigene Familie oder einen Stamm der Götter entwickelte. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Warnen vor ihm nur ein Synonym für Asen war und erst Snorri daraus den Begriff einer zweiten und eigenen Gruppe von Göttern machte, als den wir den Begriff Warnen heute kennen. Auf diese Weise überlieferte uns Snorri, einer der mächtigsten Politiker von Island seiner Zeit, durch sein Interesse an Geschichte und Dichtkunst, die Mythen der Germanen. Auf der einen Seite zum Teil verändert durch seine eigenen Ideen und Vorstellungen und seinen Drang, die Mythologie zu sortieren, aber zum anderen auch reich an Zitaten aus alten Quellen und dank ihm ist uns deutlich, deutlich mehr über die Mythologie der Germanen bekannt. Ohne diesen großen Dichter und mächtigen Politiker würden wir heute weit weniger über diese Mythologie wissen. Snorri und die Skalden, durch ihre Dichtkunst, zeichneten Mythen und Sagen für uns heute auf. Sie bringen sie uns als Gedichte und in Versform und Strophen. So manches davon könnte gut auch durch einen Skalden erfunden oder verändert worden sein und stellt eben eher die Mythen dar, die an den Höfen von Königen und Fürsten zum Besten gegeben wurden. Deutlich weniger aber die Geschichten, die vielleicht bei armen Leuten und dem einfachen Volk erzählt wurden. Dies bedeutet am Ende, dass unser Bild der germanischen Mythologie auch mit diesen literarischen Quellen lückenhaft bleibt und auch Snorri nur eine Momentaufnahme dieser Kultur darstellt. Ohne sie alle würden wir aber noch viel weniger wissen und die Skalden von Pragi Bodersson bis Snorri Störlesson erlauben uns zumindest einen gewissen Einblick in die Welt der Mythen der Germanen und das auf eine sehr poetische Art und Weise. Und damit verabschiede ich aus dieser 100. Folge der germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für die wir in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos und solche Projekte ermöglichen und tschüss Jürte bis nächstes Mal bei der germanischen Mythologie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020